Let's play Walking Dead. Okay, da sind wir wieder. Ich musste hier diese Szene in der Apotheke nochmal neu spielen, weil leider die Speicherpunkte ja festgelegt sind bei diesem Spiel. Ich hoffe, wir gucken jetzt mal einfach zum nächsten Speicherpunkt und hoffen mal, dass das für ein Episode reicht. So lange wollte ich jetzt eh nicht aufnehmen heute. Das Wetter ist wieder toll und ich will auch noch ein bisschen in den Garten. Okay, wir waren gerade dabei, hier in dieses Büro zu gehen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich habe versucht, alles wieder so zu machen, wie wir das vorher gemacht haben. Also gehen wir ins Büro. Da ist tüchtig Blut auf dem Boden. Aber sonst nicht viel. Ich kann nicht mehr über sie in hier denken. Ja, es gehört ja seiner Familie, das Ding. Okay, wie geht's hier? Wie geht's hier? Okay. Ist alle da draußen so gut, oder? Ja. Vielleicht nicht der verrückte Typ. Ja, wir werden uns auf ihn gehalten. Es war das Ding im Rettung. Es hat mich versucht, zu holen. Ich weiß. Aber du hast es gehalten. Ja, ich habe es gehalten. Kannst du das noch mehr machen? Na, ich werde nicht nachschauen. Ich meine, die gefährlichen. Ich werde versuchen. Gut. Hast du von Glenn gehört? Nicht in ein bisschen Zeit. Okay. Also sie will, dass er sie weiter beschützt. Das ist ja auch gut. Machen wir doch gerne. Okay. Die erste Hilfe-Seite ist immer gut. Das nehmen wir mal mit unser Familienfoto. Das ist ein Bild von der Familie. Ich bin Lee Everett. Du bist ein Professor in Athens, der ein Staatsanwalt hat, der mit deinem Frau schlauert. Das ist deine Eltern. Die Leute in der Stadt wissen, dass der Künstler sein, dass der Künstler sich eine Live-Sendung. Aber ich bin ein Reporter für WABE in Atlanta. Ich habe mich auf das Anwalt geholfen. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich bin nicht wirklich. Frankly, das ist ein Wettbewerb, das könnte in Hand sein. Du sagst jemandem, wer du warst, oder dass du dich in diesem Ort warst? Das ist ein Wettbewerb. Ich höre dich. Ich werde es nur für mich behalten. Danke. Nichts worry about it. Hast du von Glenn gehört? Nicht in ein bisschen Zeit. Ich werde weiter schauen. Okay. Clementine reagiert nicht da drauf. Die hat das doch mitgehört gerade. Was ist das denn schönes? Ein Hammer. Was ist das? Das ist mein Vater. Er würde hier draußen aufhören. Was er sick? Nein, er war okay. Ich habe ihn mit dem Schwerfschliften mit ihm. Das ist das Wettbewerb. Das hat das Wettbewerb. Das ist 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 das Wettbewerb. Und er hat ihn mir gegeben. Siehst du, dein Vater ist so smart. Okay, den Spazierstock können wir aber nicht nehmen. Das ist hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Okay, dann gucken wir uns mal den Schreibtisch an als nächstes. Das ist das Wettbewerb. Es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay sein. Okay, hier geht's. Do you have Kinder? Nein. You don't have a Familie? What do your parents do? My mom is a doctor, and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like social studies? Yeah, like that. Can we that not tell you? You didn't answer my question. Ah, yeah, good. Alright, a little further. Er weicht aus. Why don't you want to talk about your family? Do they like, hate you? Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Oh, it's blooded you. I hurt my finger. Is it bleeding? A little. We have the first-help box. Now we'll use it on the phone. Dad, get the remote for that thing in here someplace. Na gut, dann nehmen wir uns mal ein Pflaster da raus. Und war jetzt eine Glen, die ja so ganz furchtbar verletzt ist. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. So. Does that sound good? Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? I don't think they will. They want you to be safe. We'll find them if we can. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? How's your fix? It's okay. Thanks for fixing it. I'm going to keep looking around. Okay. Aber Moment, ich will sie nochmal eben fragen, ob alle gut sind, weil gerade hat uns ja die Cardi angesprochen. Maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. Yeah, yeah, blah, blah. I know. But you started. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for them. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Okay, good. Haben wir das? I'm gonna keep looking around. Okay. Genau. So. Der TV, den hatten wir uns auch schon angeguckt, denke ich. Irgendwo muss eine Fernbedienung sein. Wahrscheinlich in der Schublade dann. Jo. Nehmen wir uns mal raus. Und gucken mal, was im Fernseher los ist. Okay. Nichts. Schade. Aber wir haben die Fernbedienung. Vielleicht wird die ja später nochmal wichtig. Okay, dann gucken wir mal nach Pils für Larry. Okay, wir haben keine Schlüssel. Also gehen wir hier wieder raus. Willst du zurück in die Drogstor mit mir? Okay. Lee? Ja? Du bist nicht schlecht, oder? Ich... Warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen hat? Nein, er war nicht. Oh. War er schlecht? Er war. Sprechen wir doch mal mit ihr. Wie geht's? Ich bin nicht sicher, ob ich deinen Namen habe. Es ist Lily. Lily. Die hat ja noch nicht geredet. Das ist jetzt noch mal eine Wiederholung. Mal gucken, wie lange sie noch in charge bleibt. Die will ich loswerden. Ich arbeite bei Warner Robbins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nein, nur mechanische, Admin-Stofe. Ich arbeite mit ein paar Sch***häten und Bürokraten all day. Kein Wunder, dass die schlechte Laune hat. Du? Ich arbeite bei UTA. War jemand hier, als ihr hierher kam? Nein, dieses Ort war ziemlich verletzt. Wir haben ein paar Böden aus dem Offiz. Sind Sie okay? Ja, ich bin okay. Alle tot. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, uh, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more, more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks, that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Is that's ja auch kein Wunder, wenn er schlechte Laune hat. He's got a temper. Ah, fuck you! Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah. We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Where's her mom? Savannah, I think. Oh. You guys aren't together. Oh, uh, no. I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. Hmm. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. I'm going to get back to him now. Hey there. This is Glenn. I'm kind of in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and, well, I'm stuck. I'm lying. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're going to talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Guys, I'm going to hold on to this until we get it. Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know, as soon as you want to head out. I could use the jog. Gehen wir also mit Carly zusammen raus. Und ich möchte, weil sie mir das angeboten hat, mit uns rausziehen, weil wir ja mit ihr befreundet sein wollen, ihr auch einen Schokoriegel geben. Aber wo ist sie denn? Wo ist denn die? Da. Here. I've been finding some stuff to eat. Oh, um, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. I'd better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Okay, also. Mit ihr können wir jetzt gleich weggehen. Jetzt gehen wir mal einfach raus hier. Er meinte, ja, wir können hinter das Gitter gehen. Willst du nach vorne gehen, schau dir nach oben? Ha, ich werde noch nicht zufrieden sein. Nein, das Gitter da ist abend. Wir können vorne der Stärkung sein und sein gut. Oh, hm. Let's have a look around. Let's go have a look around. Cool, und wir halten es abend. Wir müssen nicht, dass wir sie zurückbringen, mit irgendwelchen unnötigen Geräusern. Agreed. Okay, jetzt wollen wir mal schauen. Schön leise sein da draußen. Jesus. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Alles voller Zombies. Wir füttern da rein. Ich denke, ich werde es schlafen. Sie essen einfach. Sie essen. Sie essen. Sobald ich kann sagen, ist es all ich kenne. Und wenn jemand dich bekommt? Sie essen dich. Und was, was lefty kommt, kommt zurück als einer von ihnen. Wie in Ordnung? Ich denke, es könnte mehr als ein paar Tage sein, bevor all das alles geteilt wird. Ja, ich denke so, auch. Wir sollten es besser wegziehen. Vielleicht mit dem Spazierstock. Ich denke, es war nicht so, dass du siehst. Ich denke, es war nicht so, dass du siehst. Ich denke, es war nicht so, dass du siehst. Es war nicht so, dass du siehst. Aber ich denke, es war nicht so, dass du siehst. Er ist nicht so, dass du siehst. Ja, es war nicht so, dass du siehst. Was? Du kennst den Mann? Er ist ein Kind. Er hat eine gewünschte Gesicht. Oh, du bist von hier, oder? Könnte jemanden, du kennst. Sie beginnend rotzieren und werden alle geredet. Shut up, Doug. Schau dir das Uniform, doch. Er könnte in der Drogenstelle arbeiten. Er hätte mit den Schlüsseln in seinem Schrank gearbeitet. Es dauert viel Erfolg, um es sicher genug zu machen, zu gehen und sehen, ob er die Schlüssel hat. Er könnte irgendwie bemerken, dass er hier gearbeitet hat. Ich denke, es wäre wert. Ich werde sehen, was ich finden kann. Der Mann dort hat die Schlüssel. Wie kann er sicher sein? Ich habe das in dem Büro gefunden. Der Mann in der Foto gearbeitet hier. Die Schlüssel sind auf ihm, das gut ein Bett als wir können. Ja, ich verstehe. Ich muss nachdenken, wie zu gehen und gehen. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Er ist nicht lange, oder? Nein, nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es eine Art, um sie zu distracten und ein paar Zeit. Ich kann das nicht erreichen. Das ist voll von T.V. und Elektronik. Ich kann das nicht erreichen. Das ist voll von T.V. und Elektronik. Ich kann das nicht erreichen. Das ist ein Universel. Ich kann es auf die T.V. mit den T.V. Ich kann es auf die T.V. mit den St.V. mit der Straße. Ich hoffe, dass die Kraft noch nicht auf ist. Du kannst das einfach machen? Ich habe alle die Kode zu erinnern. Ich habe alle die Kode zu erinnern. Ich habe das in der A.V. Wir versuchen es. Wir sehen uns. Was ist der Film, der Mann? Daher gehen die da drauf? Ja! Sehr gut! Reicht nicht. Ich bin hier ein paar Monate lang, und ich spende viel Zeit. Auf dem Computer? Nein. Ich mache mein eigenes Ding. Was für dich? Ich bin hier. Ich habe versucht, nach Hause zu kommen, seit dem ich zurückkehren. Oh, also? Du kennst dich dann? Ja, ich habe. Leute gut. Okay, ich bin Mono. Du denkst, dass wir hier sind? Ich konnte noch nicht durch diese Garten gehen. Die Drogen sind sicher genug, ich denke. Wer hat es gebraucht, hat es gut gebraucht. Es ist gut gebraucht. Es ist gut gebraucht. Okay, dann wollen wir mal wieder... reingehen. Okay. Wir brauchen irgendwas... um das Laute zu machen. Vielleicht den... Ziegelstein holen. Eventuell mit dem Spazierstock und dann... die Scheibe einschlagen. Das können wir mal probieren. Die brauchen ja den Schlüssel. Kann man den Spazierstock nicht nehmen? Das können wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal mit... ähm... unserer Freundin da hinten... den Glenn retten. Vielleicht hat der ja ne Idee. Oder ist hier noch was Neues? Jetzt machen wir es. Wenn du nicht mindest... ich denke, meine Familie und ich... werden es für ein bisschen... und wir wissen, ob dieser Scheibe da hinten... nimmt einen Moment für das Wurzeste. Du hast es. Ja, bla bla. Also, ich muss mit Kali reden. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann!